so leute weiter geht's mit mario kart ich wollte eigentlich jetzt noch vier spielen und mafia aber mafia und vier machen mir gerade so viel stress beim aufnehmen deswegen lasse ich es jetzt erst mal und suche noch eine lösung des problemes also los geht's mit various so So. Oh. Scheiße. Scheiße. Oh. 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 Ario and Pitch sind aus Sicht auf den Fersen. So. So. Jetzt auch. Scheiße. Moment. Also ich hoffe ich krieg das Problem mit 4 und so noch hin. Mal. Ich würde schon gerne weiter 4 spielen. So. Okay weiter kann es gehen. So. 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 Okay jetzt kommt der Final Lab. So. Pitches und Stich auf dem Fersen Mario auch. Das wird jetzt schwer aber ich versuche mein Bestes. So. 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 Okay, nicht mehr lange, dann ist das Rennen eigentlich vorbei. Hey, schon wieder eine scheiß Banane. Ich will was Gescheites. So, gleich gewonnen. Ja, ja, schaffen wir es, schaffen wir es. Und ja, wir schaffen es. Ja. Ganz locker flocke ich da durch. Ganz locker flocke ich. So, nächstes Rennen. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Oh, oh. Auf die Mucke ist geil. Oh, oh. Hihi. Ichi Motastic. Hihi. Wuhhh. Hihi. Aha, so jetzt muss ich aufpassen. Scheiße. Hey, das darf doch nicht wahr sein. Hallo? So. 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 So.